Die zweite Frage ist, was die zweite Frage ist. Eine Taxifahrerin, die schnelle Gerdie genannt, ist die Hauptfigur in unserer neuen Serie. Übermorgen tritt sie zum zweiten Mal auf. Wie heißt diese beliebte Schauspielerin? Fenta Berger. Wunderbar, hervorragend. Die zweite richtige Frage? Ich sehe den Computer schon bei Ihnen zu Hause stehen. Zwischendurch hüpft da auch mal vor Freude unser Teletubbs. Aber jetzt müssen Sie Kommando geben. Links. Ja. Links. Mut mal einfach eine grüne Tür aufzumachen, haben Sie nicht. Stopp. So. Und die dritte Frage? Um eine bizarre Machtprobe zwischen dem Tod und dem Ritter Block geht es in unserem Spielfilm Das siebente Siegel am Sonntag um 23.25 Uhr. Welcher schwedische Regisseur inszenierte diesen ungewöhnlichen Film? Marc Bergmann. Tja, was soll ich dazu sagen? Drei richtige Fragen, Restzeit 53 Sekunden. Das ist der erste Preis. Ja, schön. Ja, und jetzt wollen wir Ihnen den ersten Preis aber auch noch mal kurz zeigen. Unseren Computer, hier ist er. Mhm, schön. Ja, was machen Sie damit? Na, ich glaube, die Jungen werden sich drüber freuen. Die Jungen werden sich drüber freuen. Ja, Weihnachten naht, ne? Ja. Okay, vielen Dank und es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu spielen. Ja. Tschüss. Tschüss. So, liebe Küche.